Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf, Nachwahl eines nachrückenden Mitglieds des Richterwahlausschusses. Nach § 9 Abs. 1 des Hessischen Richtergesetzes besteht der Richterwahlausschuss aus sieben vom Landtag berufenden Mitgliedern, die zu Beginn jeder Wahlperiode nach § 10 Abs. 1 des Hessischen Richtergesetzes nach den Regeln der Verhältniswahl gewählt werden. Zum Mitglied kann berufen werden, wer zum Landtag wählbar ist. Die Mitglieder sollen im Rechtsleben erfahren sein. Aus der Summe der für jeden Vorschlag abgegebenen Stimmen wird nach dem Höchstzahlverfahren, also DEHOND, die Zahl der auf jeden Vorschlag gewählten Mitglieder errechnet. Sind mehrere Personen zu wählen, legen die Fraktionen Listen vor, die mindestens die doppelte Anzahl der zu Wählenden enthalten sollen. Listenverbindungen sind zulässig. Nun zum heutigen Aufgabe. Mit Schreiben vom 10. Dezember 2015 hat Frau Abg. Martina Feldmayer gegenüber dem hessischen Ministerpräsidenten nach § 15a des Hessischen Richtergesetzes mitgeteilt, dass sie ihr Amt zum 13. Dezember 2015 als nachrückendes Mitglied niederlegt. Die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN schlägt mit Schreiben vom 10. Dezember 2015 Herrn Abg. Frank-Peter Kaufmann als Nachrückendes Mitglied des Richterwahlausschusses vor. Die Drucksache 19-2930 liegt Ihnen vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Widerspricht jemand der Wahl durch Handzeichen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abschiebung. Wer dem Wahlvorschlag, Drucksache 19-2930, zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Damit entfällt die Frage nach Gegenstimmung und Enthaltung. Ich stelle fest, dass Herr Abg. Frank-Peter Kaufmann als nachrückendes Mitglied in den Richterwahlausschuss gewählt wurde. Vielen Dank.